Hi, ich bin Mo von VR, ich bin Mo Tensen und 2023 nähert sich den Ende. Wir haben jetzt den 31. Dezember, wenn ich dieses Video aufnehme. Und ich finde, es ist Zeit, einen kleinen Rückblick zu machen. Ich wollte euch jetzt kein klassisches, die Top 10 2023 von der PlayStation VR 2 machen. Deswegen machen wir mal folgendes. Ich gehe die komplette Liste durch. Wir haben seit den 10 Monaten, wo die PS VR 2 draußen ist, 177 Releases gehabt. Davon sind ein paar Titel von der PS VR 1 portiert worden, die wir schon hatten. Andere kannten wir auch schon von anderen Plattformen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Manche Sachen, die für den PlayStation VR 2 Besitzer der komplett neu sind vorher, einfach neu sind. Für mich aber alter Käse. Ich kann euch jetzt erstmal nur meine Meinung über verschiedene Spiele erzählen. Damit dieses Video aber nicht besonders lang wird, fangen wir einfach mal an. Also die meiner Meinung nach empfehlenswertesten Spiele für die PlayStation VR 2, die im Jahr 2023 erschienen sind. Viel Spaß dabei. Hier oben ist es recht eindeutig, da sind schon mal die ganzen Favorites. Gran Turismo 7, eine riesige Autosimulations-Molocherie, kann man echt so sagen, bekommt auch ständig Nachschub. Und im Gegensatz zu seinem Vorgänger auf der PlayStation 4, gibt es diesmal komplette VR-Unterstützung. Jeder einzelne Piep in diesem riesigen Autorennspiel ist auch in VR möglich. So, ihr könnt ganz normale Rennen fahren gegen den Computer, aber auch im Multiplayer. Ihr könnt eure Autos von ganz nah an sehen. Und das ist natürlich in VR absolut bemerkenswert, ja, wirklich selbst in einem Cockpit zu sitzen. Die Leute, die auf sowas richtig abfahren, können sich auch noch Lenkräder mit haptischem Feedback holen. Ich kenne Menschen, die seit zehn Monaten jeden einzelnen Tag in diesem Spiel verbringen. Tatsächlich absolut bemerkenswert, ein VR-Titel, den man sich auf der PlayStation VR 2 auf jeden Fall mal angesehen haben muss. Sogar, wenn man nicht so ein Autofan ist wie ich, wie ihr wisst, ist das schon eine schöne Geschichte. Wir haben riesiges Glück, dass aus irgendeinem Grund die Beziehungen von Sony und Capcom offensichtlich toll sind. Denn nicht nur Resident Evil Village kam zusammen mit der Release der PlayStation VR 2 einen VR-Modus, sondern jetzt auch Resident Evil 4, das Remake. Und so haben wir schon allein innerhalb von zehn Monaten zwei fette AAA-Titel, die auch in VR spielbar sind. Bei beiden ist der VR-Mode ziemlich cool geworden, bei Willips sogar noch müh besser, finde ich. Aber ein paar Geschichten, wie zum Beispiel, dass man bei Resident Evil 4, dass man Türen nur mit X-Drücken aufmachen kann, etc., finde ich tatsächlich verschmerzbar, wenn ich dafür einen richtigen AAA-Titel in VR bekomme. Ja, dann bedanke ich mich bei Capcom. Beide Titel absolut bemerkenswert, muss man nicht mehr viel darüber reden. Absolutes Grafikfeuerwerk und ein schönes Erlebnis in VR. Übrigens hier das Beat Saber, ja, ist der Klassiker und es ist nach wie vor großartig, auch auf der PlayStation VR 2. Horizon Call of the Mountain, finde ich sehr interessant. Da gab es sehr viele Gemurre, was das Gameplay angeht und ich glaube, das ist zu Recht. Man hat sehr viel zu klettern und dann sehr viele so Arena-Kämpfe, nenne ich sie mal. Es fühlt sich alles gut an, ja, die ganzen Game-Mechaniken sind super durchdacht und fantastisch, aber es gibt sicher bessere Spiele in VR. Ja, das muss man echt sagen, rein von der Spielmechanik. Es ist aber ein absoluter Hingucker. Nicht nur, wenn man Fan der Horizon-Welt ist, hat man wahnsinnig viele Wow-Momente, da in dieser fetten Endzeit rumzukraxeln und mit Feier und Bogen auf Roboter-Dinosaurier zu schießen. Das ist großartig. Es ist im Detail auch das bestaussehendste VR-Spiel plattformübergreifend. Tatsächlich kein Scheiß, ja. Während Spiele wie das sehr gut aussehende Half-Life Alyx noch auf klassischer Technologie beruht, also Texturen mit verschiedenen Shadern und so, aber die Basis davon sind Texturen, haben sie bei Horizon stellenweise parametrische Materialien, ja. Das bedeutet, man kann so nah rangehen, wie man will. Das wird nicht matschig, sondern da bleiben immer interessante Strukturen in den Materialien. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Das ist aber eine gute Sache, die fällt wirklich nur so Nerds wie mir auf. Ansonsten sieht es natürlich wunderbar aus, fühlt sich wunderbar an. Ist allerdings ein durchschnittliches Spiel. Trotzdem bemerkenswert muss man gesehen haben. No Man's Sky, meine liebe Fresse, Leute. Dieses Spiel liebe ich. Schon auf der PSVR konnte ich das spielen in VR. Und zwar sehr blurry. Das hat sich nach und nach immer verbessert. Und am Ende war das richtig gut. Und ich habe es geliebt. Dann kam die PlayStation VR 2 und No Man's Sky sah erstmal fürchterlich aus. Das hat mir wirklich einen Stich in mein Abenteuerherz versetzt. Denn in diesem Spiel hatte ich bis zu dem Zeitpunkt schon 100 Stunden verbracht und gehofft, weitere 100 Stunden zu verbringen. Jetzt im September hat sich Hello Games der Sache angenommen und ein Patch nachgeliefert, der die Fähigkeiten der PS5 in Kombination mit der PSVR 2 dann wirklich mal ausnutzt. Und es sieht jetzt brillant aus. Es ist mit eines der bestaussehendsten Spieler auf der PSVR 2, was die Technik angeht. Sehr scharf, sehr brillant und fassbar. Und man kann natürlich die ganzen riesigen Abenteuer erleben und das Universum bereisen mit einem eigenen Raumschiff. Was will man denn mehr? Hier kann man craften, survival, ganze Städte gründen, mit anderen Leuten im Multiplayer Spaß haben. Unfassbares Spiel muss man einfach haben für die PlayStation VR 2. Aber so eine Sunshine hat für mich gut abgeliefert. Das hat genau das gemacht, was ich erwartet habe. Ja, es war in allen Belangen ein bisschen besser als der erste Teil, den ich schon sehr geliebt habe. Auch hier ein recht schlauchiger Story-Shooter, der aber Spaß macht. Gerade weil die Schießmechanik und das Treffer-Feedback bei den Zombies wirklich geil ist und rockt. Hier hat man auch öfter mal jetzt ganze Horden zu bekämpfen, was dann auch den Adrenalinspiegel gerne mal hochpeitscht. Was mich überrascht hat, ist, dass die Story zum Ende hin ziemlich anzieht und so ganz, ganz leichte Last of Us Vibes auch verbreitet hat. Also schönes Ding. Ein bisschen teuer mit den 50 Euro, aber dafür kann man es auch komplett im Koop ewig nochmal spielen und Spaß haben. Kann man machen. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge war eine Überraschung. Ich kannte das Spiel ja schon von der Quest und die Trailer zu der PSVR-2-Version fand ich auch irgendwie nett. Als ich dann drin stand, war ich richtig erstaunt, denn die haben die Grafik komplett überarbeitet und die Möglichkeiten der PlayStation 5 und der PSVR-2 da auch ausgenutzt. Ja, das sieht jetzt wirklich aus wie AAA-NVR. Sämtliche Shader und Lightning und Materialien sind großartig. Auch dank des fantastischen Feedback-Zeugs, was die PSVR-2 eingebaut hat, fühlen sich die Blaster und alles richtig gut an. Das Spiel ist eh schon eine große Empfehlung von mir. Mein Lieblings-Shooter auf der PSVR-2 ist tatsächlich jetzt Pavlov. Das macht alles richtig. Es sieht richtig gut aus, auch technisch. Das Waffenhandling ist fantastisch. Ich mag zwar nicht immer, dass man händisch nachladen muss, aber man gewöhnt sich dran. Und dafür hat man aber jede Menge Spielmodi. Sehr klassische, wo man einfach so einen Respawn-Mode hat und auch ein bisschen taktischer. Und dann noch Modis, wo man einfach Spaß haben kann und rumdallern kann. Liefert für mich komplett ab. Das Einzige, was ich mir mittlerweile wünschen würde, dass es mal ein paar neue zusätzliche Maps gibt. Gerne auch als Kauf-DLC oder so. Also hallo Entwickler, macht mal was. Ansonsten ein fantastischer Multiplayer-Shooter. Ich mag es richtig gerne. Crossfire Serer Squad hat für mich auch gut abgeliefert. Hier ist es ein eher Story-Shooter. Ja, so ein bisschen Call of Duty. Allerdings ohne das ganze Pompöse drumherum. Hier bleibt ihr immer mit eurer Waffe auf dem Boden und ballert und ballert auf Gegner. Die Story gibt es auch. Die wird allerdings nicht in aufwendigen Cutscenes erzählt, sondern eher nebenbei als Funksprüche und Text auf dem Bildschirm. Trotzdem sehr schön, denn auch das hat einen Koop-Modus. Ihr könnt dann ganz, ganz viele Missionen noch im Koop-Modus spielen. Macht eine riesige Menge Spaß. Technisch hat sich das auch nicht vorzuwerfen. Finde ich gut. Eins meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation VR war The Walking Dead Saints and Sinners. Der zweite Teil kam jetzt auf der PS VR 2 raus. Übrigens aber auch zusammen mit dem ersten Teil. Und hat auch hier vollkommen abgeliefert. Sowohl spieltechnisch als auch inhaltlich. Hier gibt es viel zu craften und zu surviven. Aber auch fette Action. Ich mag die Spielmechanik in The Walking Dead Saints and Sinners sehr. Das macht wirklich sehr viel Spaß, sich mit den Zombies anzulegen. Es gibt auch immer eine schöne Geschichte drumherum. Der zweite Teil ist, wie zu erwarten, ein bisschen größer und ein bisschen pompöser als der erste Teil. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Damit kann ich sehr, sehr empfehlen. Kajak Mirage mag ich einfach. Es ist kein richtiges Spiel. Ihr könnt so ein bisschen gegen Zeit paddeln. Aber Herrgott. Was es aber macht, ist einfach den Chill verbreiten. Ihr könnt da in der Antarktis oder in tropischen Wäldern rumpaddeln. Einfach mal ein bisschen abschalten. Spaß. Ich finde es großartig. Ich würde mir dafür allerdings noch einen Koop-Modus wünschen. Können wir da nochmal mit ein paar Kollegen ein bisschen lang paddeln. Ein bisschen Kaffeekränzchen machen. Das wäre auch nett. Breachers liebe ich auf anderen Plattformen. Auf der PSVR 2 hat es mir jetzt erstmal nicht gefallen. Es ist auch ein Taktical Multiplayer-Shooter, der inhaltlich ziemlich cool ist. Technisch aber auf der Playstation erstmal gar nicht abgeliefert hat. Es ist einfach blurry. Bitte ändert das. Ich traue das den Entwicklern aber auf jeden Fall zu, dass sie das im Verlauf des Jahres jetzt fixen. Behalten wir im Auge. Und dann Synapse. Synapse macht für das, was es vorhat. Nämlich ein guter Roguelike-Shooter zu sein mit so ein bisschen Hover-Elementen. Alles richtig. Es fühlt sich richtig gut an. Die erste Waffe fand ich immer so ein bisschen lahm, die man hat. Sobald man dann andere im Spiel bekommen, wird es richtig krass. Das Setting ist auch irgendwie super schön. Obwohl die Grafik so etwas Abstraktes hat, hat sie auch ein bisschen realistischen Touch. Und das liefert dann auch noch technisch gut ab auf der PSVR 2. Ich liebe es. Synapse, absolut empfehlenswert. Ist aber ein Roguelike. Also erwartet keine große Geschichte oder sowas. Wundert euch nicht, wenn ich einige Titel, die gut sind, überspringe. Die kennen wir von der PSVR 1 oder anderen Plattformen. Deswegen gehe ich nicht mehr speziell darauf ein. Wie zum Beispiel Red Matter. Das lohnt sich aber nochmal darauf einzugehen. Denn es hat die ganze viel bessere Spiel- und Steuermechanik vom zweiten Teil geerbt. In der Version jetzt für die PSVR 2. Deswegen auch nochmal erwähnenswert. Es ist quasi Reborn und immer noch ein geiles Science-Fiction-Mystery-Abenteuer spielt. Seven's Guest hat auch ziemlich gut abgeliefert. Was mich aber auch überrascht hat, ist Green Hell. Ich war gar nicht darauf gefasst, dass mich das so abholen würde. Ich habe allerdings noch nicht sehr viel reingespielt. Was ich schön fand, ist, dass sie da wirklich für die PSVR 2 auch die Grafik extra aufgebohrt haben. Es hatte bei Release aber noch nicht so hohe Auflösung. Das haben sie mittlerweile gepatcht. Zusätzlich mit viel Content. Green Hell VR ist auch ein Titel, den ich mir vorgenommen habe, 2024. Ganz genüsslich weiterzuspielen. Ihr werdet hoffentlich dabei sein im Livestream. Das gilt übrigens auch für Resident Evil 4. Das hebe ich mir auf für das Jahr 2024. Da werde ich es ganz genüsslich Livestreamen. Und ihr werdet jede Sekunde davon miterleben können, wenn ihr Lust habt. Justice fand ich ganz nett. Aber ich bin nicht so gern Vampir. Deswegen hat es mich nicht so komplett abgeholt. After the Fall zum Beispiel auch die PSVR 2 Version liefert gut ab. Immer noch ein wunderschönes Spiel. Ich liebe es. Und hier Red Matter. Natürlich ist Red Matter auch auf der PSVR 2 der absolute Vorzeigetitel, was die Technik angeht. Ganz nebenbei ist es aber auch noch ein geiles Spiel und hat fürchterlich tolle Grafik. Also auch inhaltlich, was soll man noch mehr sagen. Propagation Paradise Hotel war übrigens eine Überraschung, da es von einem kleinen Indie-Entwickler ist. Und trotzdem aber technisch auf der PSVR 2 richtig gut abliefert. Sieht super schön scharf aus. Hat gute Grafik. Das Thema gruselig ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das kann man ja selber entscheiden. Firewall. Eieieiei. Firewall hat, als es rauskam, überhaupt nicht so abgeliefert, wie es sollte. Er hatte viele Probleme. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil Firewall Zero Hour sah auf der PSVR 1 einfach absolut bemerkenswert aus. Firewall Ultra sah auf der PSVR 2, für das, was die eigentlich kann, gut aus, aber nicht absolut bemerkenswert. Außerdem hat es technische Probleme. Seitdem die gelöst sind und spätestens nach den letzten zwei Maps, die released wurden, dachte ich, so, jetzt hat Firewall die Talsohle durchschritten und jetzt wird alles geil. Da kam die Nachricht, dass der Entwickler dicht macht. Das tut mir im Herzen wirklich weh. Es ist eine Marke, mit der wir jetzt groß geworden sind auf der PlayStation VR und ich hätte sie gerne behalten. Keine Ahnung, was jetzt weiter passiert, ob irgendjemand die Server weiter betreiben wird oder Content wird es offensichtlich dafür nicht mehr geben, wenn der Entwickler dicht macht. Wirklich schade. Ancient Dungeon ist ein Spiel, das ich liebe. Natürlich ist es auch ein Google-Like. Natürlich ist es ein Dungeon-Crawler mit so Minecraft-Grafik. Klingt nicht besonders aufregend, ist es aber. Es fühlt sich richtig geil an. Technisch lief es es absolut gut ab auf der PlayStation VR 2. Das bekommt sogar auch noch einen Koop-Modus, was will man da mehr. The Light Brigade liebe ich. Und am Anfang verband mich da eine leichte Hassliebe, denn ich liebe, was für ein Spiel das ist. Auch hier ein Rook-Like-Shooter in einer ein bisschen abstrakten, sehr interessanten Welt. Technisch war es allerdings bei Release auf der PS VR 2 richtig scheiße. Das haben sie inzwischen gefixt. Das sieht jetzt gut aus. Ja, auch nicht spitze, aber gut. Große Empfehlung von mir. Zenit ist immer noch ein bemerkenswertes VR-MMO. Das werden die Entwickler in Zukunft auch noch weiter ausbauen und aufbauen. Das lohnt sich also auf jeden Fall, das im Auge zu behalten. Allerdings ist es technisch auf der PS VR 2 nicht besonders bemerkenswert. Ja, keine besonders hohe Auflösung. Trotzdem ein Spiel, das wir im Auge behalten werden, denke ich mal. So, eine kleine Überraschung übrigens war, dass wir Racket Fury bekommen haben. Das hatten wir schon auf der PS VR 1, wo es total abgeliefert hat. Auf der PlayStation VR 2 hat es mich dann sehr überrascht, weil ich vergessen hatte, wie gut sich da diese Physik und die Tischtennis-Mechanik anfühlt. Dazu kommt noch, dass es nativ in 120 FPS läuft. Also absolut flüssig und das bei schöner Auflösung. Was will man dann mehr? Super schönes Tischtennis-Spiel mit Online-Multiplayer-Modus. Großartig. Hubris hat sehr überraschend für mich, absolut abgeliefert technisch auf der PS VR 2. Es sieht richtig gut aus von der Auflösung etc. Es sieht sowieso inhaltlich richtig gut aus. Es ist auch ein sehr gut aussehendes Spiel. Ja, wirklich Double bis Triple A Grafik. Und es hat mir inhaltlich gefallen. Es geht nicht besonders lang. Ich glaube, das waren so sechs, sieben Stunden. Aber in denen hatte ich eigentlich jede Menge Spaß. Ich finde es richtig geil. Demio habe ich hoch und runter gespielt auf anderen Plattformen und möchte es trotzdem hier nochmal empfehlen. Denn es ist ein irrsinnig cooles Tabletop-Rollenspiel. Einen hohen strategischen Anteil natürlich. Es macht mir super viel Spaß, das alleine zu spielen, aber auch mit Leuten zusammen. Ich finde, es ist ein Must-Have-Titel für alle Menschen, die vorher lieben und sich so ein bisschen in die 80er zurückbeamen wollen. Großartiger Spaß. Auch eine Überraschung, die ich hatte, ist Survive. Survive sieht überhaupt nicht gut aus. Die Spielmechanik ist so ein bisschen fummelig. Aber was es richtig macht, ist, es hat ein Vierer-Koop. Ich weiß nicht, ob es an den netten Leuten lag. Wir haben es ja mit der Noob Nation gespielt. Ich hatte da so viel Spaß. Und vor allen Dingen sind die Welten auch eigentlich so richtig kleine Open-Welten. Wir haben da jetzt wirklich viel Zeit verbracht und es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich bin wirklich überrascht. Ich finde, es ist ein großartiger Titel. Aber bitte macht es mit Leuten zusammen. Am besten mit Freunden. Dann hat man da echt Spaß. Es ist nämlich ansonsten nicht schön und kein Vorzeigetitel. Aber für mich so ein versteckter Diamant, um mit Freunden Spaß zu haben. So, ihr seht, hier scrolle ich jetzt irgendwie mal ganz schnell durch. Paper Beast ist natürlich ein schönes Spiel weiterhin. Aber die PSVR 2 Version ist technisch nicht besonders bemerkenswert. Song in the Smoke. Immer noch ein Geheimtipp für Leute, die fantastische Technik mögen. Das ist nämlich nach Red Matter 2 das schärfste Spiel auf der PSVR 2. Und auch ein schöner, so ein bisschen abstrakter Survival-Titel. Ein schönes Spiel. Wie gesagt, es ist ein bisschen ungerecht und unfair, dass viele andere Titel hier keine Worte finden. Aber die haben das dann schon an anderer Stelle bekommen. Vertigo kommt im Januar. Deswegen gehört es nicht in den Rückblick 2023. Und das war es ja auch schon. Die meine kleine Liste von Sachen, die ich auf der PSVR 2 auf die eine oder andere Weise bemerkenswert und spielenswert vor allen Dingen halte. Ich habe viele Sachen übersprungen, wie zum Beispiel, ich weiß, dass ihr das wirklich gerne spielt und sehr viel. Es ist also ein guter Titel für die PSVR 2, allerdings auch kein neuer. Das gab es schon vorher. Und ich selber spiele es eher wenig. Schreibt mir mal auf jeden Fall unter dieses Video, welcher Titel für euch der bemerkenswerteste dieses Jahr auf der PSVR 2. war und welchen ihr da gesuchtet habt. Das ist halt auch immer interessant. Ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt nur noch euch einen wunderschönen letzten Tag 2023 zu wünschen. Seid vorsichtig, ja. Macht keine komischen Sachen jetzt zu Silvester. Verbrennt euch nicht. Verbrennt nicht andere Menschen und Häuser. Alkohol ist nice, aber zu viel ist scheiß. Habe ich mir gerade ausgedacht. Nicht schlecht, ne? Dann würde ich mich noch über ein kleines Däumchen unter diesem Video freuen. Macht gerne ein Abo. Nächstes Jahr geht es nämlich natürlich weiter. Hier auf Mo fangen wir. Für euch da. Bye, bye. Neues MVR sei sicher Mo geht live und unterhält dich mit zwei Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen im geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heut kein Schnitzel. Alter, was geht man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz. Der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tänzen, wovon wir